Ja, und da rennt er einfach mit dem Lenkrad davon. Und der Papst signet die Strecke. Ein spektakulärer Sieg! Unglaublich! Junge, hier reißt es ihm den Spoiler ab. Der Hälschuhmacher ist Weltmeister! Wahnsinn! So, ach, nie. Ah, was ist das denn? Oh, das wäre doch was für meinen Bruder, hm? Ach, Ralf, Erfolg ist nicht alles im Leben. Schau mich an, ich muss nicht zum achten Mal Formel 1 Weltmeister werden. Ja, es könnte schlimmer kommen. Du könntest für mein Team fahren. Hallo, Männer! Ja, hallo! Was ist denn hier los? Schlechte Laune hier, oder was? Erfolg, Erfolg. Ach, na ja, dann wollen wir mal. Das ist dein Rennen, Ralf. Und das lässt du dir nicht mehr nehmen. Ja, richtig, genau. Der Gegner, der muss deinen Atem spüren. Du hast nur ein Ziel. Und das ist der Sieg. Ja, meinst du? Echt? Ja, Herrgott. So, und jetzt raus. Wir gewinnen dieses Rennen. Hopp, 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 auf geht's. Aber, aber, warte mal, Cora. Ach, Ralf, Ralf, Ralf. Pass mal auf, hier. Ich hab da was für dich gefunden, hm? Vielleicht denkst du ja einfach mal drüber nach, hm? So, muss ich mal die Corinna anrufen, dass wir abends mal wieder mehr in die Kneipe gehen, damit der Junge auch was zu tun hat. Ich hab' mir nicht mehr in die Kriege gehauen. cin .